So, weiter geht's mit der Assassin's Creed Origins und wir machen mal weiter mit der nächsten Quest. Haben wir da auch einfach was anderes? Gerade so ein bisschen offen, wenn ich mir das gerade mal mit angucke. Ich möchte mal ganz kurz gucken, ob wir da irgendwo eine Quest haben, die nicht allzu hoch ist, weil ich eigentlich gerne eine Quest machen würde, die noch eine von den niedrigeren. Hier ist die Vogelschraus-Taktik. Ja, dann machen wir die nämlich als erstes. Und dann passt das so weit. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich es hier. Kann ich da irgendwo hinreisen? Nee, ne? Dann reißen wir mal kurz aus Theis, dann kann ich kurz beim Spiel vorbeischauen, weil ich will mir ein neues Schwert holen. Hier vorne ist wirklich ein Schmied noch. Hier vorne ist wirklich ein Schmied noch. Hier vorne ist wirklich ein Schmied noch. Weil ich hoffe, dass der für mich ein Schwert hat. Kann ich dich mit etwas lauen? Ja, du hast wahrscheinlich kein Geld. Ah, warte mal. Verkaufen. 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 Weil ich will eigentlich ein Schwert kaufen. Aufrüsten. Aufrüsten. Erstmal die Sichelachst. Ein Ort der Hoffnung. Ein Leuchtfeuer in finsteren Wüstennächten. So. Gut. Darum geht es natürlich. Ich will eigentlich wieder den... Ich will ja immer den Philakitei töten. Eine Ernte zum Markt zu bringen? Und wie? Es heißt, dass noch ein Händler Seveto nicht bezahlen konnte. So, ich muss natürlich jetzt erstmal da rüber. Wie gesagt, den komischen Außenseiter, den will ich eigentlich nochmal zermitteln. Den brauchen wir noch. Definitiv. Wenn der nämlich weg ist, dann habe ich da zumindest schon mal Ruhe. Und Ptolemias Faust. Ähm. Möchte ich auch eigentlich gerne irgendwo mal holen. So. Dann sind wir hier. Die Vogelstrauß-Taktik. Mit wem redest du denn da? Es ist einer von denen, oder? Nein, du Idiot. Er fürchtet Sevetos-Männer. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, hilft auch nicht. Ich bin da gar nicht los. Höre ich da Pferde? Sind sie das? Lauf besser weg! Ajo. Bitte. Wenn er nicht arbeitet, werden Sevetos Steuereintreiber etwas Furchtbares tun. Ich weiß nicht, ob ich ihn überreden kann. Aber ich halte nach den Eintreibern Ausschau. Ich werde sie überzeugen, euch in Ruhe zu lassen. So. Finde und töte den Steuereintreiber. Naja, wieder einer, der unbedingt getötet werden muss, also von den Steuereintreibern. Boah. Ist jetzt eigentlich nicht das größte Problem, aber gut, das gehen wir schon irgendwie hin. Ich brauche mal ein Pferdchen. Komm mal her, Pferdchen. Wie gesagt, auch wenn die Kosten alle ein bisschen höher, niedriger, äh, was heißt es, ein bisschen kürzer, oder? Die Mission, wir machen ja pro Folge eine Mission. So ist eigentlich der Plan. Und manchmal geht das halt so, dass die Folgen vielleicht noch 10, 15 Minuten lang sind. Aber nochmal, ich möchte ein bisschen was vorbereiten für meinen Urlaub. Deswegen. So. Gucken wir mal Dings. Da ist der Typ schon. Oh ja, ein kleines Lager. Mal ein kleines Lager, was wir wieder haben. So. Hier brauche ich Dings nicht. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. So, das ist schon mal Geschichte. Da haben sie einen König. Das Problem natürlich, dass der jetzt hier war schlechtern rum. Der geht jetzt erstmal gut so lange weg. Der ist weg, ich gucke mal, ob ich so kriege, ob ich so mal per ... Warte mal, da kommt noch einer angelaufen, das war ganz gemütlich, kriege ich den da hin? Das Problem, wie weit sehe ich mich, wenn ich da raus gehe? Ja, da wusste ich gar nicht. Wie weit ist das so geniege? Das war's. Oh, sorry. Oh! 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 Was? So. Ihr werdet jetzt natürlich gar nichts machen können. Das Problem, die Zwerg kriege ich nicht zusammen. Hm. Was? Stopp! Der ist Geschichte. So, der war doch noch irgendwo ein. Habe ich sie beide schon tot? Nee. Hey. Okay. Das ist eigentlich kein Problem mehr. Okay, so viel zum Thema dazu. Ja, aber jetzt ist er weg. Jetzt müssen wir noch einen Schatz plündern. Dann habe ich das Lager weg. Jetzt muss ich mal gucken, wo es ist. Da. Und dann haben wir das Schemulager abgeschlossen. Abgeschlossen. Äh. Gar nicht so schlecht, weil das Schwert umzuwechseln, weil das A schneller ist. Gut. Äh. Haben wir das jetzt geschafft? Ja, genau. Die Quest haben wir abgeschlossen. Ja. Die Quest haben wir abgeschlossen. Also wir haben noch die Hyäne auf jeden Fall zu machen. Und das verlorene Glück. So, jetzt gucke ich gerade mal, was wir noch hier in der Nähe haben. Weil das Lager ist jetzt einfach abgeschlossen. Hm. Gut. Richtig ruhig haben wir jetzt hier die zwei noch. Also richtig ruhig habe ich alles offen, äh alles durch. Ich will die sechs Folgen eigentlich heute vorarbeiten. Dann haben wir bis Montag durch. Dann brauche ich sie nur nach und nach zu schneiden. Ich glaube das ist okay im Moment. So. Und als nächstes machen wir die Rache der Poeten. Und das sehen wir uns morgen an um 12. Bis dahin. Tschüss.